Liebe Familie, liebe Freunde, ich grüße euch heute ganz herzlich aus Dänemark. Wie ihr wisst, sind wir auf der Durchreise und wollen nach Schweden. Das ist unser allererstes großes Ziel. Und ja, ihr bekommt auch noch alles zu sehen, was ihr sehen wolltet. Also, wie das Auto aussieht, was wir alles mitgenommen haben und was wir zu Hause gelassen haben. Ja, aber das alles mal in einem anderen Video, wenn ich hier nicht gerade an einem Parkplatz stehe. Heute erst mal kann ich euch erzählen, dass wir noch eine schöne Zeit in Deutschland hatten. Wir haben noch Familienmitglieder besucht und uns verabschiedet und wir haben Freunde getroffen. Wir waren auch in der wunderschönen Stadt Lüneburg. Dazu soll noch ein Blogartikel erscheinen. Also, wer sowieso immer mal bei uns im Blog liest, der verpasst nichts von unserer Reise. Und ja, Instagram ist so eine zwiespillige Sache. Da stehe ich nicht ganz so dahinter und deshalb kommt da nun regelmäßig immer nur mal so ein Bild rein. Und ja. Hier in Dänemark sind wir jetzt bei einer Familie untergekommen, die sehr viele Freiländer Kinder hat. Und die Kinder lernen tatsächlich nur das, was wir wollen. Und sind in allen Bereichen so beliesend, so bewandert. Also man staunt immer wieder, obwohl man ja weiß, dass das Freiland so toll funktioniert. Ich bin immer wieder so baff und freue mich da so mit. Die Kinder sind auch alle so total lieb und höflich und das ist so ein schönes Miteinander. Also da können wir uns alle fünf nach einer Scheibe von abschneiden, auf jeden Fall. Auch habe ich gestaunt, wie ordentlich und sauber das alles in so einer riesigen Familie sein kann. Ich kann sie nur noben, ja. Ja, wir haben wirklich eine schöne Zeit und auch eine schöne Unterkunft jetzt bei dieser Familie. Gestern haben wir uns das Wikingemuseum angeschaut. Das liegt in Rode. Und die Kinder waren auch da mit ganz vielen Spielen immer in diesen Museumsplan mit eingebunden. Die waren alle so begeistert. Man konnte da immer von Station zu Station gehen und musste eben so Aufgaben lösen über die Münzen und die Werkzeuge und das Leben dort in der Wikingerzeit und auch dann in der Mittelalterzeit. Und auch der Kleine konnte immer ganz viele Schubkästen rausziehen und entdecken und befühlen. Und ganz zum Schluss konnte man dann in so ein schönes Spielzimmer gehen und musste dort, also musste dort nicht. Man durfte Tomaten so bekochen wie früher in einem alten Steinofen und man konnte sich wie ein Ritter verkleiden oder wie eine Burg verleihen. Und unsere Große hat natürlich dort Geburt gespielt auf so einem mittelalterlichen Bett und ja, einfach total schön. Und unsere Große meinte auch, das ist das allerbeste Museum auf der ganzen Welt. Also wenn man das allerbeste Museum auf der ganzen Welt möchte, der muss nach Rode fahren. Ja, und heute haben wir uns einen Ausflug zugetraut zum Strand. Und es war wirklich sehr windig, aber auch umso schöner, diese ganzen Drachen dort zu sehen. Wie ihr ja in dem Video auch sehen könnt. Und wir durften zuschauen, wie die Drachen so entfitzt wurden und dann in die Luft gelassen wurden und wie viel Kraft die Männer da gebraucht haben. Und natürlich haben wir ganz viele Muscheln gesammelt und unsere Kinder mussten sich auch alle drei nackt ausziehen und mussten in der Nordsee baden. Danach haben sie aber das bitte bereut, weil sie wirklich furchtbar gefroren haben. Ja, und jetzt gucken wir noch hier das Watt an. Ist auch eine interessante, ja, schöne. Die Kinder sind ganz erstaunt jedenfalls, wie das, wie Land gewonnen werden kann mit diesem Watt. Und morgen geht es dann weiter über die Öresundbrücke und über die andere Brücke, deren Namen ich eben vergessen habe. Ja, wir wollen ja nach Schweden und da geht es morgen bei uns weiter. Wir waren also jetzt drei Tage in Dänemark und haben das wirklich sehr genossen. Ganz egal, wie das Wetter war. Sehr schön hier. Ja, wenn ich noch ein paar Worte zum Freilernen in Dänemark verlieren soll, ist es am besten, wenn ihr euch dennoch an Freilernern oder an Schoolern oder Worldschoolern in Dänemark haltet. Denn es ist so, dass es nicht in jeder Region gern gesehen ist und dass es dann auch Kontrollen gibt mit Prüfungen des einzelnen Kindes und dann auch einen Sprachtest, in denen ich zum Beispiel abgelegt werden muss. Also es ist nicht so einfach. Es gibt Regionen, da ist es überhaupt kein Problem. Und es gibt aber auch Dörfer und Gemeinden und Städte, da haben die Grundschuldirektoren wohl noch nie was davon gehört. Und umso komplizierter ist es dann auch, das zu verwirklichen. Ja, also in diesem Sinne grüße ich euch ganz herzlich und schicke euch ein bisschen frischen See, frische Seeluft mit. Und ja, bis ganz bald ihr Lieben. Tschüss.